Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Skorpion Darts. Ja, vielleicht mal kurz eine kleine Info, warum bisher noch keine Videos zu Darts WM gekommen sind nach der Vorschau. Also erstens habe ich in letzter Zeit wirklich extrem viel auch anderer Videotechnisch zu tun und ihr wisst, ich liebe Darts das ganze Jahr. Das heißt, nur weil jetzt die WM ist und jetzt die Aufmerksamkeit am größten ist, habe ich weder nötig, da jetzt auf Krampf jeden Klick rauszuziehen, noch irgendwelche anderen Vorteile. Ja, das heißt, ich liebe Darts immer und ich finde es völlig okay, dass andere Leute jetzt vielleicht gerade mehr berichten als normalerweise. Aber ich melde mich halt, wenn ich mich melden möchte und natürlich sind während der WM geile Sachen passiert. Aber zum Beispiel vor Weihnachten hatte ich wirklich sehr viel Stress und mir war es auch dieses Jahr sehr wichtig, zu meiner Familie zu fahren, wobei es da auch Probleme gab und so. Also ich bin ja auch kein perfekter Mensch, es war jetzt wirklich nicht die schönsten Weihnachten, sage ich euch ganz ehrlich. Deswegen melde ich mich jetzt erst, ja. Und für die Leute, die Stress machen, da gab es jetzt auch vielleicht zehn Stück insgesamt, aber denen kann ich jetzt folgendes sagen. Schaut mal, ich mache Darts-Videos, die mir finanziell gar nichts bringen. Also sei es jetzt klickmäßig, bringt es sowieso kein Geld. Und auch mit den Sachen, die ich vielleicht mit dem Shop einnehme, ist da zu mir immer noch ein Minusgeschäft für die Turniere, auf die ich fahre, etc. Ja, und mir war es jetzt zum Beispiel, weil mir das Spielen auch viel wichtiger ist, es ist mir viel wichtiger, mich auf die Q-School vorzubereiten und jeden Tag drei, vier Stunden an Bord zu stehen, als Videos zu drehen zu einer WM, die wegen dem Thema, was ich jetzt anspreche, sowieso zum Scheitern verurteilt ist. Also damit ihr das schon mal wisst, das ist meine Grundlage. Und ich weiß, dass 99,9 Prozent von euch super positiv sind und euch bin ich dankbar, dass ihr diesen Kanal hier verfolgt. Aber ich bin auch ein Mensch und diese Kommentare nerven mich einfach, weil es wird dann so getan, als ob ich Darts nicht zu schätzen wüsste, obwohl ich ja dumm bin, jetzt aktuell weniger Videos zu machen. Es soll einfach nur diesen Stellenwert zeigen. Ich liebe Darts halt immer und ich bin gerade mehr am Spielen als am Videos drehen und so ist es halt. Ja, gut, davon mal abgesehen, Alter, ich bin auch so heftig genervt. Also ich könnte natürlich die positiven Sachen der WM erläutern, wie zum Beispiel die neuen Data von Willie Borland, das coolste Spiel bis jetzt gegen Bradley Brooks, dass Florian Hempel gegen Dimitri gewonnen hat, geile Sache. Das sind schöne Momente gewesen, aber wisst ihr, was ich wieder auf Social Media gesehen habe, sei es dazu, dass Max Hoppen ein Buch rausgebracht hat, was da für Kommentare drunter stehen, ich würde am liebsten wirklich, da würde ich gerne Facebook löschen. Und zwar nicht meine App, sondern die ganze Plattform, auch wenn das vielleicht ein bisschen Ärger geben würde. Oder wenn Gaga, wisst ihr, ich habe das, wisst ihr noch, was ich vor zwei Jahren gesagt habe? Ich habe genau gesagt, dass der Nächste, der gehatet werden wird, wenn er seine Leistung nicht bringt, Gaga sein wird. Und es ist genau so passiert, weil die deutschen Fans funktionieren so, sie geben einem Spieler für ein, zwei Jahre, geben sie so eine Art Kredit. Ja, da dürfen sie noch auch mal schlecht spielen. Danach, wenn sie dann etabliert sind und dann kommt eine schlechte Leistung, dann ist natürlich direkt der Punkt erreicht, dass die Spieler Enttäuschungen sind, dass sie Scheiße gespielt haben, dass sie aufhören sollten. Und das ist jetzt zuerst Max Hopp passiert, der zwei schlechte Jahre in einem Sport hat, der so mental läuft, dass es komplett normale schlechte Phasen zu haben. Jetzt passiert es einem Gaga. Hempel hat dieses Jahr noch diesen Kredit, wie gesagt. Ab nächstem Jahr wird es dann wahrscheinlich auch schon weniger, weil natürlich auch viele Leute durch Sportwetten dann Aggressionen und so entwickeln, wo ich mir denke, dann sucht euch lieber Hilfe, anstatt bei den Spielern diesen Frust rauszulassen. Weil die spielen sicherlich nicht mit Absicht schlecht, die spielen nämlich so gut, wie sie können. Also diese Art von diesen, ich weiß nicht, ob es nur auf deutsche Fans zu begrenzen ist, wahrscheinlich nicht. Das sagt man wahrscheinlich immer so, aber es geht mir einfach hart auf die Eier. Und wenn ich die Kommentare lese, Max Hopp, der mit 16 losgezogen ist, um in Darts wirklich weiterzukommen, als jeder Sesselfurzer, der dann jetzt ein Buch darüber schreibt, was ja in Ordnung ist als so, ich sag jetzt mal, eine Momentaufnahme. Das ist natürlich noch so, dass er dann noch weiter seine Karriere aufbauen möchte und dass ihm das sicherlich auch wichtiger ist. Das Projekt wird wahrscheinlich auch nicht erst in einer Woche gestartet worden sein mit dem Buch. Und dass die Leute sich da rausnehmen, Leute, das fuckt mich einfach ab. Und das sage ich euch auch ganz ehrlich und es nimmt mir übelst den Spaß dran, so Kommentare zu lesen und so. Das ist so eklig. Ihr habt das bestimmt auch mitbekommen. Wie gesagt, bei Clemens hat er auch wieder ein paar Nachrichten veröffentlicht. Und ja, das ist halt einfach so. Wie gesagt, es gab geile Momente. Ich habe fast jedes Spiel natürlich auch geschaut bei dieser WM, ist ja klar. Vor allem jetzt habe ich ja im Dartraum auch die Möglichkeit, während des Trainierens zu schauen. Das ist echt cool. Habe ich echt die letzten Jahre nie gemacht. Und das ist eine interessante Mechanik, dass man auch so ein bisschen abgelenkt ist beim Spielen. Das bringt einen, glaube ich, weiter, weil man dann den Konzentrationslevel in anderen Momenten sicherlich besser aufrechterhalten kann. Aber ja, ich glaube, dazu habe ich genug gesagt. Ein bisschen negativ ins Video heute gestartet. Ich weiß, aber mir ist es einfach wichtig, weil nach wie vor es da ist mein absolutes Herzensprojekt. Ich bin auf diesem Kanal hier 0,0 angewiesen. Ich betreibe ihn aus Spaß. Also, das sollten, denke ich mal, die meisten von euch wissen. So, davon abgesehen, wie gesagt, die meisten Leute sind sehr positiv. Und mit diesen positiven Leuten möchte ich jetzt ein Thema besprechen, was ich sehr, sehr krass finde. Und zwar diese Thematik mit Corona gerade. Ich will gar nicht auf diesen Punkt eingehen, ob die PDC da Fehler gemacht hat. Dafür habe ich nur Sachen gelesen und gehört, ob da nicht richtig getestet wurde und so. Darauf will ich mich gar nicht einlassen. Dazu habe ich einfach nicht den Kenntnisstand. Aber ich will dazu sagen, ich will wirklich komplett, ich will von Maßnahmen unabhängig eigentlich sprechen. Sondern es geht mir einfach nur darum, ich finde es echt krass, was bei dieser WM passiert. Ich meine, ich nehme dieses Video jetzt hier am Nachmittag des 29.12. auf. Das heißt, heute ist neben Van der Voort, der vorgestern gestrichen wurde und gestern Van Gerven. Wie gesagt, zu den Hintergründen will ich gar nicht sagen, darüber weiß ich nichts. Ist heute auch noch Dave Chisnel positiv getestet worden. Und mal abgesehen davon, warum und wieso und weshalb. Leute, ich sage euch ehrlich, ich weiß nicht, wie sich das für euch anfühlt. Und ich liebe, wie gesagt, Darts zu schauen. Und ich werde auch ein großes Loch empfinden, wenn die WM vorbei ist. Aber ich finde, diese WM hat so gut wie keinen Wert mehr. Es liegt nicht nur daran, dass drei gute Spieler raus sind. Ich meine, sind wir mal ehrlich, Chissi und Van der Voort hätten wahrscheinlich im Titelrennen nicht viel mitzureden gehabt. Aber Van Gerven halt schon. Und ich glaube, dass die Art und Weise, ich meine, natürlich, klar, hätte er sich jetzt den Arm gebrochen. Dann würden die Leute, da wäre er auch gestrichen worden. Und da hätten die Leute auch anders drüber geredet. Aber aufgrund dieser Situation jetzt gerade, es ist einfach, ich weiß nicht, ich kann die WM jetzt nur noch so halb genießen. Pro Session fehlen auf einmal Spiele. Ich meine, wie machen die das denn, wenn bei einer Zwei-Spiel-Session ein Spiel dann ausfällt. Oder ich meine, ich habe das Gefühl, als ob die Spieler da gerade mitspielen. Wie viele Spiele gehen hier bitte irgendwie ins letzte Set oder ins letzte Leg und so. Das ist halt wirklich krass. Also die Sessions kommen einem immer noch mega lange vor. Als ob die Spieler so, als ob sie das so spüren würden, dass sie diese TV-Zeit ausfüllen müssen. Ich kann natürlich auch total die Sicht der PDC verstehen, dass sie es trotzdem durchzieht, weil das ist eben ihr Event. Das ist das wichtigste Turnier des Jahres. Die WM ist absolut einschaltquotentechnisch und ich sage jetzt mal Prestige-wise ist es natürlich absolut das wichtigste und größte Turnier mit Abstand, was es überhaupt nur gibt. Deswegen kann ich auch verstehen, dass die das weitermachen. Aber für mich hat der sportliche Wert halt sehr, sehr gelitten an dieser WM und wir wissen ja auch gar nicht, was noch passieren wird. Jetzt sind es drei Spieler, vielleicht sind es morgen schon mehr. Ich hoffe natürlich, es werden nicht mehr, dann kann man es noch mit zwei zugedrückten Augen irgendwie noch zu Ende bringen. Aber ich finde das natürlich auch und ich denke, das wird euch auch so gehen. Es wirft einfach einen Schatten auf diese WM und ich sage ganz ehrlich, es waren geile Highlights bis jetzt schon dabei. Es waren so geile Spiele dabei, auch vielleicht, wenn das grundsätzliche Average-Niveau nicht extrem hoch ist. Es waren aber ein paar Lichtblicke. Ich meine, wie krass. Und das muss man auch mal anerkennen. Hat Johnny Clayton bitte den Gaga vermöbelt? Also der Johnny Clayton hat brutalst geil gespielt. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht zu sehen, wie gut der ist. Und ich habe gar nicht die Kapazität, ich würde gar nicht auf die Idee kommen, da überhaupt einem Gaga Vorwürfe zu machen. Und dann braucht mir auch keiner kommen mit, ja, aber er hat ja auch nur 88 Average gespielt. Dann denke ich mir so, du reagierst ja auch drauf, wenn dein Gegner so gut ist, wie willst du das mental aufrechterhalten und dann auch gut weiterspielen? Ich meine, am Ende des Tages weißt du halt dann auch früh, ich verliere das Spiel. Und da braucht man sich auch gar nichts einzureden oder gut zu reden. Das ist doch auch okay, wir sind ja alles Menschen. Und ich glaube, gerade wenn man Erfahrung hat, wir kennen Situationen, wir erleben Situationen immer und immer wieder. Und dann auch mal früh zu merken, heute geht halt nichts. Und klar kämpft man innerlich dagegen an, gegen diesen Gedanken. Aber am Ende des Tages war es halt relativ schnell klar. Genauso wie der Smith, der Raymond Smith, ist eine geile Story. Natürlich hat er gegen Hempel jetzt gewonnen. Aber trotzdem, hallo, der Typ ist so weit, der ist in den letzten 16 und vorher kannten den halt nur Kenner sozusagen, der Szene. Und wenig Leute, die jetzt hin und wieder mal so ein bisschen Darts schauen. Und das ist doch einfach eine geile Story und eine mega, mega Sache. Und dann hat er halt den Hempel aus dem Weg geräumt. Mein Gott, Hempel spielt wirklich seit 2021 auf der Tour. Was hat der für ein göttliches Jahr gespielt? Ich will auch gar nichts anderes hören. Für mich, bühnentechnisch, ist Hempel der Man-to-Beat in Deutschland aktuell. Ich glaube, der hat das beste Mindset im Moment. Zumindest auf der Bühne. Ich glaube, der ist sehr schwer aufzuhalten. Und dann kommt auch wieder dieses, dann wird seine Körpersprache irgendwie kritisiert. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich denke, ich glaube, Körpersprache ist eine ziemlich, ziemlich gute Art und Weise, mit Druck umzugehen. Und es ist auch okay mal, wisst ihr, ich merke das immer so, wenn ich ein Dartspiel mache und ich habe mir eine Zeit lang mal vorgenommen, ich bleibe jetzt immer ruhig, egal was passiert. Ich schwöre, da frisst man so viel in sich rein. Das geht so auf die Leistung. Aber sich mal kurz aufzuregen, mal so ein Ventil zu öffnen und das mal rauszulassen, das hilft. Ich glaube, einfach authentisch sein, das habe ich auch Florian geschrieben. Ich glaube, was ihn so stark macht, ist, dass er so authentisch ist auf der Bühne. Man nimmt ihm das einfach ab. Da ist kein Druck, kein Verschließen vor Emotionen, kein, ah, das zeige ich jetzt nicht. Das ist einfach echt. Und ich glaube, echt sein ist immer noch der beste Weg. Und ja, das vielleicht mal zu den deutschen Spielen. Martin hat nicht gut gespielt gegen Hempel, aber war an sich auch von Hempel das perfekte Timing in diesem Spiel. Geiler Auftritt von Barney, der leider ja dann auch an Corona jetzt erkrankt ist. Gute Besserung auf jeden Fall an der Stelle. Geiler Auftritt gegen Cross, ein Hammer-Match. Das sind so die Lichtblicke, die coolen Momente, die ich im Kopf habe. Und da muss man natürlich auch Fabian Schmutzler erwähnen, der wirklich, wirklich, also da habe ich auch wieder Kommentare gelesen. Klar, die wenigsten, da muss man sagen, er hat ja auch den Kredit, ne? Zwei Jahre hat er den Kredit noch den Deutschen, bis er dann auch abläuft. Aber der spielt an die 90 in seinem ersten Spiel im Alley Pally. Also spielt mal an die 90 und dann redet mit so an die Leute, die da irgendwas schreiben. Der ist 16 Jahre alt. Wie gesagt, mit 16 habe ich gerade die Playmobil-Phase hinter mir gelassen. Wobei auch Grüße an Fabians Schlumpfsammlung, habe ich bei Kika gesehen, fand ich auch sympathisch. Also ein bisschen Jugend bleibt dann auch noch in ihm und das finde ich auch wichtig. Am Ende des Tages super gespielt von Fabian. Absolut grandiose Leistung meiner Meinung nach. Und Ryan Meikle spielt seit zehn Jahren auf der Tour oder so. Also ich bitte euch. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ist eure Einschätzung zum sportlichen Wert dieser WM jetzt noch. Ich finde, der Beigeschmack ist mittlerweile einfach sehr stark. Wie gesagt, ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann die Kritik verstehen. Ja, wieso habt ihr das nicht strikt genug eingehalten? Da kann ich aber auch verstehen, dass die PDC sagt, naja, wir haben uns halt eben an die Regierung gehalten. Ich finde, das wird immer ein bisschen kleiner gerät, als es ist, weil am Ende des Tages müssen sie ja aus wirtschaftlicher Sicht funktionieren. Und da müssen sie halt auch ihr Maximum rausholen. Und wenn das Maximum rausholen eben auch bedeutet, ein Alley Pally unter Bedingungen voll zu machen, mein Gott, ich muss beide Seiten verstehen können. Es ist natürlich jetzt sehr schade. Ich sage jetzt mal, der Return of Invest ist natürlich jetzt kein hoher, weil am Ende des Tages jetzt halt eben die großen Lücken klaffen und aufgehen. Und das natürlich im sportlichen Feld. Ich meine, man liest Kommentare, da steht dann sowas wie, ja, am Ende des Tages wird dann derjenige Weltmeister, der nicht positiv getestet ist. Ich hoffe, so wird es nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass man diese WM in der späteren Nachbetrachtung anders sehen wird. Es ist genau wie die UK Open, die damals Wright gewonnen hat, wo immer alle gesagt haben, das war halt die UK Open, wo Van Gerwen nicht dabei war. Und das war die Zeit, wo Van Gerwen galaktisch hier oben gespielt hat. Und das wird jetzt eben auch die WM sein, in der Van Gerwen nur ein Spiel machen durfte und dann rausgegangen ist. Und das ist ja, wie gesagt, nur eine Frage der Zeit. Ich meine, Chisi hat letztes Jahr Van Gerwen geschlagen. Vielleicht wäre dieser 107er, 108er Moment von Chisi jetzt nochmal gekommen. Und das wissen wir jetzt, wir werden es nicht erfahren. Und das ist einfach so ein Beigeschmack, der nervt mich. Es ist auch kein Tipp, den ich jetzt hier geben würde, kein Handlungstipp oder so, ob man das jetzt hier nicht mehr ernst nehmen sollte oder so. Es nervt mich einfach als Zuschauer. Ich denke mal, es wird bei euch genauso sein. Der Wert ist auf jeden Fall so ein bisschen gemindert, finde ich. Vielleicht sieht es auch total anders. Mein WM-Tipp ist ja Price nach wie vor. Und der geht immer noch gut auf. Im Übrigen, danke nochmal an Patrick. Der schreibt mir nämlich jede WM immer, wie meine Tipps laufen. Ich kann ja mal so auf euch auf den neuesten Stand bringen. Und zwar in der zweiten Runde hatte ich 70% richtig. Warte mal, ich gucke mal kurz nochmal in den Chat rein. Da kann ich es euch genau sagen. Das ist wieder ein ungeschnittenes Video hier heute. Ich wollte einfach mal ein bisschen so Dampf rauslassen. Ihr merkt es ja, denke ich mal gerade. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. So, wir schauen mal rein. Genau. Also, ich hatte in der zweiten Runde, also ich lese mal vor. Guten Morgen, neuer Bestwert in Runde 2. Ihr macht das ja das dritte Jahr schon am Stück. Mit 24 von 32 hast du 75% erreicht. Das waren, ach krass, du warst bislang nie über 70% gekommen. Okay, krass. Und von den insgesamt 64 Spielen lag ich mit 44 richtig nach Runde 2. Das sind 68,75%. Ich würde sagen, da hätte ich mal wieder einen Wertschein machen können. Ne, Spaß, hätte ich ja Spieler später anschreiben müssen, dass sie schlecht sind. Deswegen gut, dass ich es nicht gemacht habe. Kleiner Heap an der Seite mal. Aber ja, das sind so meine Gedanken zu der WM. Klar, ein bisschen getriggert war ich auch durch diese komischen Kommentare, dass ich mehr Videos dazu machen soll. Obwohl ich ja hier wirklich Videos mache in einer sehr nischigen Gruppe, die mir halt, wie gesagt, finanziell nichts bringt. Aber ich liebe es einfach und deswegen mache ich es. Aber ich will es auch in meinem Tempo machen. Und ich fand jetzt auch, dass davor jetzt nicht Sachen passiert sind, wo ich unbedingt ein Video machen müsste. Ja, ich gucke jetzt mal, wie das weitergeht, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Warte mal ein bisschen was anderes. Schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Video generell in die Kommentare. Wie steht ihr zu den ganzen komischen Kommentaren, die da unter den Posts sind etc. von den deutschen Spielern und die anderen Sachen, die ich angesprochen habe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein bis dahin und ciao.